Ja Leute, ein paar Worte vor der Folge und zwar geht es darum, dass bei mir die Folgen 4 und 5 fehlen und das hier ja dann Folge 6 ist, weil ich leider aus Versehen die Aufnahmen gelöscht habe. Es war nach dem 24 Stunden Stream und ich war fertig und nicht mehr zurechnungsfähig. Blame mich nicht, Dankeschön. Daher solltet ihr die Parts 4 und 5 jetzt gar nicht gesehen haben, verlinke ich euch mal die Parts von Alkira unten in der Beschreibung. Das war nämlich generell das gleiche nur aus ihrer Sicht, dass ihr die dementsprechend nachholen könnt. Die Welt auch so in die Playlist packen, wenn ihr jetzt also von der Playlist kommt, dass ihr euch nicht wundert, dass da plötzlich vieles von anderen drin waren. Das hat schon so eine Richtigkeit. Part 6 bis zum Schluss kommt es wieder ganz normal, das ist wieder alles aufgenommen, alles gut, alles da. Und ja, nur nicht, dass ihr euch wundert, wo den Part 4 und 5 waren. Wie gesagt, aus Versehen die Aufnahmen gelöscht. Ihr könnt die Folgen aber gerne bei Alkira nachgucken. Dann würde ich sagen, ich bin eigentlich auf die Folge und wünsche euch viel Spaß mit dem sechsten Part der Toy Story 2 Adventure Map. Yeah! Hallo und herzlich willkommen meine Lieben, weiter geht's mit der Adventure Map. Wir sind immer noch alle drei hier. Hallo! Hi! Meine Musik ist zu laut. Nur mit der kurzen Bemerkung, dass Lyskario nicht mehr mit aufnimmt, weil beim letzten Aufnahmeterm ist ihm seine Festplatte abgeschmiert. Dementsprechend hat er die Aufnahmen nicht mehr und jetzt läuft er einfach nur so mit. Ja. Genau, er hat Spaß und hat... Schira, willst du nicht da mal reinfahren? Ich weiß nämlich nicht, was da los ist. Da oben ist was. Aha, da will ich mich einfach... Ja, da will ich schon gerne rein, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte dieses Loch hier. Hast du? Das ist das. Mir ist ja gar nichts, hat sich gar nicht gelohnt. Ja, Silja, komm her. Ja? Geh mal da runter. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, was das ist. Halt doch mal durch. YOLO! Natürlich. Und was ist da unten jetzt? Ist da irgendwas drin? Nein, okay. Ich habe gehört, ich habe wieder Black Screen. Da war ich schon mal drin, glaube ich. Es war genauso langweilig wie jetzt. Wargis, wie kommst du da wieder raus? Ach, hier war... Leute, kommt hier runter. Hier ist ein geheimes Ding ins Kirchen. Lass dich, warte, warte, warte. Da ist uns bestimmt da, wo der Zami-Spawner ist. Genau. Da ist er jetzt raus. Tja, wo wir schon waren. Ach, da war der schon. Ja, der ist da unten auf dem Boden. Ach, genau, deshalb sind da auch so viele... Egal, ich laufe mir da einfach nach. Ah ja, das ist aber schön. Also, wenn einer von euch... Also, wenn ihr euch jetzt gegenseitig tötet, muss zumindest einer nicht laufen. Töte mich. Ich lasse einfach die... Hallo? Miscario? Bleib hier. Töte... Du darfst mich töten. Ich meine nur, also... Ich bin schon einige Kilometer entfernt. Du könntest kämpfen und der Glückliche, der den Kampf verliert, ne, der... Bist du nicht, du bist hinter... Er läuft einfach weiter, weil ich bin vielleicht 20 Meter hinter ihm oder so. Obwohl, nee, es ist jetzt ja eine andere Ding. Es war wie ein Spielzeug-Dings und so. Ich hab dich sogar getroffen, was geht. Alles, was Beine hat. Äh, na, das stimmt nicht ganz. Doch. Nö, denn einige Sachen griechen. Aber okay, gut. Es ist mir egal, die können auch gehen. Die haben's nur vergessen. Okay. So. Wir machen das eigentlich mal mit der Story weiter und, äh, äh, ja. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, Leute. Genau das. Genau, das ist das. Da muss man gleichzeitig die ganzen Dinger drücken und da muss da einer reinlaufen oder so. Drück mal ein bisschen, was... Hab mal Spaß. Das leuchtet schon alles. Leuchtet alles. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Letztens, wenn der letzte Folge ist. Was macht der? Knopf. Das. Das. Ja, wir müssen da irgendwie rein oder nicht? Also da ist ne Küste. Ja, wo soll so ein Toy Wave? Weiß du was? 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 Mach noch mal ein paar Mal. Es hatte sich ja mal was bewegt. Ich hör's, aber hier unten... Oh, nichts. Hä, kriegst du das noch mal? Ähm, oben. Doch, warte, ich hab' ich was gesehen. Mach noch mal auf. Nee, jetzt hör' ich nix mehr. Nee, nee. Jetzt. Nochmal. Nochmal dieselbe... Nochmal. Hä, was? Hä? Ich bin drin. Also, hä? Geh, geh, und wie kommst du wieder raus? Jetzt hast du sehr gutes Zeug bekommen auf jeden Fall. Wenn du wieder aufmachst. Dann muss man... Warte mal, Skari, hilf mir mal. Okay. Drück du mal, drück du mal den... Okay, man musste immer die... Man musste alle drei Knöpfe abwechselnd drücken. Das war richtig anstrengend. Okay, jetzt hast du voll Gold, ne? Äh! Hype! An dir Schwert hat sie den. Nice. Alter, nur dank mir. Ey, kann Feuer abbauen. Ich möchte mal... Ich möchte mal anmerken, dass sie das nur dank mir geschafft hat, ja? Dankeschön. Feuer abgebaut, Alter. Ich hab's noch verdient, weil ich hatte das voll schwer. Hab... Ich hab... Ich... Das ist dein Gesam... Du. Ich. Ja, du. Fuck. Okay, braio. Rein, ein Checkpoint. Das ist ne Steckdose. Nice. Nicht rein lang. Oh. Da geht's runter, oder? Müssen wir da runter? Ich geh das wieder hin. Huuuui! Also man stirbt immer da runter. Dann müssen wir wieder ganz unten. Wir müssen ja nicht ganz runter. Da waren wir doch überall schon. Wir müssen irgendwie in die Leiter. Dann müssen wir nicht ganz runter, sondern hier hin. Ja, denk ich auch. Geht überhaupt nicht. Ah, ist okay. Stört einfach. Verdammig. Ich stürmer's, ne? Nee. Nee, hier ist nix. Aber halt mir nicht zu. Jetzt bin ich runtergesprungen. Was? Das ist dasselbe wie vorhin, als du am Bett standest, ne? Ich hab's auch gut. Ich durfte mal in den Schlaf, Popo. Wow. Alles klar? Oh. Ja, ein Buch, warte. Ich bin übrigens runtergesprungen, weil ich dumm bin. Dann lese mal bitte vor. Bist du wenigstens gestorben? Nein. Das ist schlecht. Allo. Man könnte auch einfach den hier machen, ne? Da ist noch ein Punkt und eine Kiste des Kari. Wo? Ja, weil da ganz oben waren wir noch nicht. Auf der Tür. Keine Lust zu springen, weil ich keine Lust hab, wieder den Weg zu laufen. Aber warum? Ja, wir sind jetzt nach da hinten gekommen. Warum hab ich jetzt bitte Eier bekommen? Weiß ich nicht. Da, wo du eben warst, ne? Und dann an die Leiter. Achso, ja. Genau. So, und wie komm ich jetzt am schnellsten Weg wieder rüber gar nicht? Sterben. So, genau. Ja, sterben. Sterben. Hi, mein Freund. War doch ganz gut der Platz. Alter, ist das dein Ernst? Sterben. Dein Ernst? Schaf. Kann ich schon mal vorlesen, während ihr euch bekriegt? Ja, lese. Kannst du machen. Okay, ich muss ja wieder übersetzen, ne? Okay, lese, Frau. Oh, Buzz, es ist schön, dich zu sehen. Ich hab ein kleines Problem mit meiner kleinen Schwester. Sie ist... Wo fällst du runter? Ja, damit er leider, wo es weitergeht. Okay. Mit meiner kleinen Schwester, die ist gestern verloren gegangen. Ich dachte, sie wäre hier, aber wie ist das nicht? Das hat er wieder. Ich denke... Der kann aber auch gar nichts. Im Basement, das ist doch... Keller. Keller. Bitte finde sie und vergesst nicht... Du blödes... Boah, arme Schwein. Das ist stuck up hier. Steckt irgendwo oben fest. So weit war ich auch schon zu dir. Ich wollte dich nur nicht das Erste vorlassen, weißt du? Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Ja, schon langsam weiß ich's. Ja. Ich meine, in den Kommentaren lest man immer nur so... Äh, voll anstrengend mit den Jungs. Ach, scheiße. Ah, fuck, das war jetzt dumm. Ich hätte vielleicht... Ich hätte vielleicht nicht ins Schiff springen sollen. Boah, es ist nervig an die... Nein! Wollen wir vielleicht auch so eine Art Punktesystem, wer... Alla. Wer schneller ist oder so, gewinnt so in der Art so. Kriegt mehrere Punkte und wer am wenigsten Punkt hat, muss eine Challenge machen. Huhuhu. Nein, okay, kleiner Spaß. Real-Life-Challenge, oder? Nein. Ich mach sicherlich keine... Nein! Warum?! Ich versteh's nicht, ich schaff's nicht. Ich bin zu dumm für Leiderspringe. Leiderspringe sind aber auch assig. Huh, 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 ich hab's geschafft. Ah, fucking Alki, sorry. Hallo? Oh, ich warte hier auf euch hier oben. Ich geh nicht weiter. Ach, nimm mal den Chat, dann siehst du wenigstens wie oft ich sterbe. Der Chat ist ja eh... ... an... Ja... Nein, jetzt wär ich lieber gestorben. Ja, zu dir, das ist leicht. Nur nicht mehr runterfallen. Na umgucken. Huhuhu. Ich darf wieder alles laufen, Freunde. Bist du nicht gestorben, aber runterfallen? Nö. Oh, scheiße. Hallo, bleibst du hier? Xt, 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 Xt. Moment, du musst kurz die Kiste aufmachen, dann komme ich zurück. Jetzt bin ich tot. Eigentlich. Langedauert. So. Was war da drin, ne? Ein Wither Skeletten, Skull. Ja, wir sind schon oben. Eigentlich hast du es jetzt verdient zu sterben, ne? Warum denn? Das sind... Ja, weil du, weil du zur Kiste gerannt bist. Wir haben gesagt, die warten hier. Richtig. Ja, aber sonst... Du warst nicht mal der erste hier oben, du hast es gar nicht verdient. Ich hab aber sauf wenig Punkte und ich brauch mehr. Nein, du bist nicht. Der haut mich an. Skull, schaffst es. Noch einmal. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Ich konnte ihn jetzt ja runter schlagen. Nein, nein, ich hab das in mir da geöffnet. Ich hab das in mir da geöffnet. Doch, du... Dann überlebe ich den Sprung auch noch. Doch, du kannst das. Komm schon bitte zur Leiter. Zur Leiter, zur Leiter, zur Leiter, zur Leiter. Komm, 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 go. Hey, Spinnwimm, geh weg. Ich hab überlegt, ihn runterzuwerfen, aber das hat er schon selber geschafft. Zur Leiter, zur Leiter, zur Leiter, bitte, ja. Ich bin auf der Leiter. Meine Damen und Herren, ein verwirrtes Lyscario. In freier Wildbahn. Beobachten wir. Kira, geh mal weg. Aua. Hab ich dich erwischt? Ja. Oh, ich hab gesagt, weg. Ich konnte nämlich über den Spindeln dringen. Ich konnte den Hesling erwischen. Verdammt. Mach's nochmal. Mach ich dann gleich nochmal, ja, ja, keine Sorge. Also, die Folge werden wir damit verbringen, auf Lyscario zu warten, aber das macht ja nicht. Hast du auf die Zeit geachtet? Ja, hab ich. Okay, aber ich lass ja durchlaufen, die Aufnahme. Was? Ja, ich ja auch. Hab ich statt immer wieder Time auf meiner Troll- und Tats dazu. Gut, da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Okay, 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 okay. Oh, das gilt der Junge. Ich hab's. Und jetzt rauf da. Jetzt rauf da. Ich hab's so morgen runterzulärfen. Ich werde sowas von verlieren jetzt. Achtung. Und gleich nach oben gucken. Los. Oh, ho, ho. Hi. Ja. So, okay. Alles klar. Und los geht's. Ein lang. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Woin müssen wir über mich? Ich hab grad aus ruhig. Keine Ahnung. Ja. Oh, ich bin richtig, bin richtig. Da ist eine Kiste. Läuft. Sagen wir nicht, die hast du schon geholt. Ah. Ne. 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 Die hat er schon geholt. Ne, ne, hab ich nicht. Die ist leer. War nicht. Die ist leer, ja. Ich war dann nicht. Ja, die ist so, die ist leer. Keine Ahnung. Ich meine eigentlich, wir müssten sozusagen eigentlich ein Labyrinth machen, aber ich lauf einfach durch. Hab ja die Zeit, ne, oder so. Ja. Ich hab grad gemerkt, wenn du dabei springst, bist du schneller. Löh, langsam. Warte mal, war ich da schon? Äh, ich hab, glaub ich, das Ende gefunden. Hä? Wohin? Hierhin. In die Mauer rein, oder wohin? Moment, ich komm nochmal. Ach, ich glaub weiter vorher. Hierhin. Dahin. Hallo. Moment, Moment. Moment. Da, wo mein Name ist. Hallo. Aber warum da? Ja, keine Ahnung. Siehst du, Kiste? Ich guck jetzt hier runter. Da hinten müssen wir. Wir müssen zum Schwein. Guck da, wo das Schwein ist. Jetzt bin ich runterge... Ich hab drei Wurderskelettenköpfe gefunden, Worf. Ja, okay. Z, dafür musst du jetzt wieder laufen. Ja, das ist mir egal. Ich hab Auge gefunden gerade und ich musste nicht irgendwo anders hinlaufen dafür. Von daher. Gut. Ist mir echt... Ist mir echt... Oh, tot. Jetzt musst du auch die Leitersprünge wieder machen. So. Ja, und nichts leichter als das. Die sind echt nicht schwer. Ja, ja. Die mach ich dir als First Try. Bam. So. Weißt du, ich bin der Erste von euch, die ein Checkpoint hat. Bam. Oh, die Spinnen nehmen mir. Oh, ich hab ein Checkpoint und da wurde sich getötet. Hui. So. Darüber müssen wir? Hops. Warum bist du da schon? Hä, weil ich einfach geradeaus durchgelaufen bin. Nein, Julia. Ja. Achso. Er hat meinen Checkpoint verwendet. Er schummelt. Er schummelt. Ey. Das geht nur nicht. Das geht nur nicht. Das ist nicht in Ordnung. Selbst ich war noch nicht mal da hinten. Nein. Das ist nicht in Ordnung. Nein. Alles klar. Ich mach nochmal. Kas Minuspunkte. Nein, ich mach nochmal. Ich kill ihn eh gerade. Ich renne zurück. Moment. Das killen stört ja nicht. So. Der hat ja jetzt schon gesetzt den Punkt. Ja, ich kann nochmal von hinten anfangen. Pizza Planet, Leute. Pizza Planet. Ich hab ein neues Buch bekommen. Ich lese mal ein bisschen vor, ja? Wann wirst du da nicht? Opa. Bitte. Nehm ihn aus meinem Magen. Was? Alles klar. Da steht wohl einer darauf, Münzen oder so zu essen, finde ich. Ja, ich hab dich ja... Ernsthaft jetzt? Egal. Okay. Ähm. Basement. Ich hab das Buch Basement bekommen. Will das der andere lesen? Ich möchte, wenn ich da bin. Okay. Du brauchst ja noch 10 Stunden. Von daher kann ich aber leben. Ich hab... Ah! Ich hab gefunden. Okay, Alkira. Los geht's. Du darfst zuerst passieren. Ja, 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 ja. Du hast einen Bogen. Ich muss auf dich hören. Ich hab's gecheckt. Hallo. Hallo. Ähm. Hier ist das Buch. Kann er. Ich hab bei ihm auch schon eins. Alles klar. Na, sie benutzt den Elevator. Basement. Ähm. Wenn du alle Aufgaben in der Küche erledigt hast und so viele Punkte gefunden hast, wie du kannst, dann ist der Keller für dich jetzt offen. Du kannst gerne den, ähm, äh, Aufzug der Feuerwehr nutzen oder die, ähm, Leiter, um nach unten zu kommen. Ach, ich mach das so. Ich dachte, das ist wieder ein Checkpoint, aber nein, es war kein Checkpoint. Wo bist du jetzt? War doch so klar. Ist ja nicht so klar. Wo bist du hingekommen? Ja, runtergesprungen ist er. Aua. Ne, ich hab den Elevator genommen. Ja, meine ich ja. Ne, wird's auch den Elevator genommen. Ja, ne, nicht. Guck. Ja, ich hatte aber nur noch Half-Life. Zwei. Oder drei. Was? Was? Hhff3. Sorry. Ah! Nein! 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 Was macht er denn eigentlich schon wieder für Zeug, ihr Menschlein? Du weißt ja, wer das gewinnen wird, ne? Ja klar, Gaukel des Kardio. Na, na, Kirons, ja. Da kommt man Rauchen. Da ist... Boah, das sieht aus wie in so einem Film, wenn man Gox sieht. So richtig Himmel-mäßig, so richtig Himmel-like. Im Shader meine ich jetzt. Ach, stimmt. Wo sind wir jetzt in dem Basement, ne? Ja. Seid ihr gerade rechts runtergelaufen, dann war das ein großer Fehler. Ist das hier? Nein, 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 ich weiß, wo es war. Hier steht Küche zuerst. Wir müssen zum Basement, oder? Ja, wir müssen zum Basement, oder? Nein, 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 nein. Ja, aber hier ist die Treppe runter. Hier ist die Treppe runter. Hier ist die Treppe runter in den Keller. Hört mir nicht zu, aber ist okay. Hallo, da ist der Basement. Hier geht's runter zum Keller. Hier ist die Treppe, siehst doch. Ach so, ich hab mich verlesen. Oh man, oh man. Ich war doof. Da steht Complete Quest Basement First. Ja, ich nicht. Doch, du bist auch doof. Nee, ich bin... Ich erinnere nur an diese Treppe da. Mehr sage ich nicht. Ich bin schon so klug, dass ich wieder doof bin. Oh mein Gott. Hier hat schon so viel Klugheit in sich drin, dass es wieder... Folge ist vorbei. Folge ist vorbei. Okay, hallo, tschüss, tschüss, hallo. Hallo, hallo, tschüss, hallo. Tschüss, tschüss. So schön. Tschüss. 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 Ciao.